Vom Stress zur inneren Stille. Das Geheimnis der inneren Stille ist die innere Synchronisation. Was bedeutet das? Dabei geht es um moderne Stressforschung, es geht um das autonome, unwillkürliche Nervensystem. Es geht um den Vagusnerv, der Nerv vom Gehirn zu allen Organen, der Hauptregenerator im Schlaf und in der Meditation. Es geht darum, wie wirken linke und rechte Gehirnhälfte zusammen, die Hemisphären-Synchronisation. Es geht um verschiedene Achtsamkeits- und Meditationstechniken, um das Brain-Machine-Interface, wie können wir Maschinen über unsere Gedanken steuern und, 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 und. Ich bin Christian Larsen, Arzt, und befasse mich seit drei Jahrzehnten mit Medizin, Bewegung und Bewusstsein. Schauen wir doch mal rein in die moderne Stressforschung von Dr. Florian Wulff. Wir sehen hier eine Herzfrequenzvariabilitätsmessung. Rot bedeutet, das Herz arbeitet starr und verbraucht Energie der Körper. Grün bedeutet Regeneration. Das Herz ist durchlässig für verschiedene Rhythmen wie Atmung, Blutdruck usw. Diese Person geht kurz vor eins ins Bett und das System stellt um, schlagartig, zuverlässig, von Rot auf Grün, von Sympathikus auf Parasympathikus. Ganz anders bei dieser Person. Eine durchzechte Nacht, am Morgen nach sechs geht es ins Bett, der blaue Balken die Schlafzeit. Und jetzt der springende Punkt, während der gesamten Schlafzeit bleibt das System im Sympathikusmodus, im roten Modus. Die Regeneration reduziert sich auf sechs Minuten. Wo finde ich diese sechs Minuten? Hier im Verlauf des Nachmittags eine kleine Massage. Das ist definitiv zu wenig. Im Vergleich dazu eine 34-jährige Krankenschwester, super Regenerationskraft mit vielen grünen Inseln verteilt auf den Alltag. Dann kommt eben dieser Vagusnerv. Den wollen wir uns genauer anschauen. Und darüber berichtet Jörg Fuhrmann. Wir starten mit einem Blick, wie das Ganze funktioniert. Gehirn und autonomes Nervensystem. Und eben dieser Vagusnerv, da gibt es jetzt die Polyvagal-Theorie. Die besagt, dass es drei Stränge im Vagusnerv gibt. Er kann sozusagen alles. Er kann uns in eine Schockstarre versetzen, den Weg freigeben für Kampf oder Flucht. Und er kann uns soziale Verbundenheit und Empathie erleben lassen. Dann haben wir zum Thema Hemisphären-Synchronisation Dr. Stephanie Schoss und Prof. David Schäffert. Sie werden die linke und rechte Hemisphäre live auf der Bühne präsentieren. Das ist Ihre Aufgabe, sodass wir das verstehen und aber auch erleben können, wie unterschiedlich diese beiden Hirnhälften arbeiten und wie sie dann eben optimal zusammen können. Prof. Nils Bierbauer wird uns über das Locked-In-Syndrom berichten. Das sind Menschen, die mithilfe von Brain-Machine-Interface die Welt durch ihre Gedanken steuern. Und dann leiten wir über zum großen Thema, zur inneren Stille. Da wird uns Pater Dr. Dr. Hermann Zoche berichten über verschiedene Meditationstechniken. Und Spiraldynamik-Expertin Renate Lauper zeigt einen neuen Weg, wie wir die Signale des Körpers verwenden können, um den Weg, den persönlichen Weg in die innere Stille in uns zu finden. Der Kongress findet statt im Kongresshaus Zürich, frisch renoviert, tolles Ambiente. Und zwar am 12. November 2022 vom Stress zur inneren Stille. Herzlich willkommen! Und zwar am 12. November 2022 vom Stress zur inneren Stille. Und zwar am 12. November 2022 vom Stress zur inneren Stille. Und zwar am 12. November 2022 vom Stress zur inneren Stille. Untertitelung des ZDF, 2020